Weiter geht es zu Age of Wonders Planetfall Preview. Let's play! Aufgezeichnet in der Nacht vom 14. auf den 15. August. Und am 6. August erscheint dieses Spiel das erste Mal überhaupt, dass die Age of Wonders Rundenstrategie-Reihe nicht in einer Fantasywelt spielt. Ich habe auch einige der Vorgängertitel gespielt zu Age of Wonders 3. Habe ich viele Tutorial-Videos gemacht und ich mag die Serie wirklich sehr. Ich mag die Serie sehr wegen dieser Mischung von Strategie auf der großen Karte, wo man ausbauen und planen und auch ein Wirtschaftssystem hat und die sind taktischen Kämpfen. Das ist eine schöne Mischung. Was es hier gibt, ist eine extrem große Fülle an Spielelementen. Also sehr, sehr viele verschiedene Schadenstypen und Rüstungstypen und Spezialangriffe. Und das ist für meinen Geschmack manchmal fast schon zu viel. Also das ist manchmal, wenn man sich so richtig reinbuddeln will, ist das eine solche Vielfalt, eine solche Flut von Spezial- und Sonderdingen, die man berücksichtigen könnte und von verschiedenen Rasse- und Fraktionsfähigkeiten, auf die man stößt, dass man ein echtes Expertenwissen braucht, um überhaupt den Überblick zu behalten. Und ich persönlich bin eher ein Freund davon, dass man vielleicht mal sagt, hey, ein paar Spielelemente weniger dafür, aber clever verzahnt. Trotzdem mag ich die Serie sehr. Das ist also Kritik auf hohem Niveau. So, dann packen wir uns jetzt die Einheit hier und haben hier die Möglichkeit, die beiden anzugreifen. Die greifen uns hier vorne an. Wir wollten auch mal Ausschau halten nach den taktischen Operationen. Die gucken wir uns auch gleich mal an. Jetzt sind wir hier vorne. Die teilen sich wirklich auf. Zwei greifen uns hier oben an, zwei hier unten. Achtung, hier ist ein Schwertsymbol da drüber. Das heißt, wenn wir die jetzt direkt daneben ziehen würden, dann würden die uns einen Nahkampfangriff verpassen. Das ist ein bisschen doof. Was wir machen können, ist hier beispielsweise den Geschützturm schon mal hinstellen. Sollen wir das machen? Hier, das ist dieser hier. Das ist eine einfache Aktion. Danach ist aber die Runde vorbei. Das sollte man sich schon überlegen. Können wir aber machen. Genau, das sollten wir machen. Wir setzen den schon mal hin. Dann haben wir das auch mal gesehen. Geht einmal pro Kampf. Setzen wir direkt aufs Nachbarfeld. Da ist der. Und kann in derselben Runde noch sofort angreifen. Übrigens auch in den Overwatch-Modus gehen. Kann sich natürlich nicht bewegen. Und kann jetzt wiederholt feuern. Das ist der Unterschied zwischen einfachen Aktionen und wiederholten. Die kosten auch nur einen Aktionspunkt. Aber die kann man, wenn man volle Aktionspunkte hat, halt sehr, sehr oft durchführen. Jetzt hat er nur einen Aktionspunkt. Er startet mit einem Aktionspunkt. Deshalb nutzt einem das gar nichts. Man kann das nur einmal machen. Achtung, passt mal auf, wie der Einheit sich dreht. Oh, die sollte sich eigentlich hierhin drehen. Das macht es jetzt doch nicht. Dann bin ich. Ich hoffe, ich möchte es jetzt nicht. Das ist eine wiederholte Aktion. Das heißt, der sollte eigentlich von hier aus dreimal feuern können. Genau, wiederholte Aktion, dreimal feuern. Das ist super. Achtung, der schießt durch die eigenen durch. Ich weiß nicht genau, bei Age of Honor 3 war das glaube ich so, wenn man durch die eigenen Reihen durchschoss, gab es eine gewisse Chance, dass man die eigenen Leute traf. Ich hoffe mal, dass das nicht so läuft. Oder wir ziehen ihn ein Feld vor hier hin. Weil dann kann es sein, dass der zumindest auf den hier nicht mehr erwischen kann, vielleicht den hier. Das sollte auch klappen. So, haben wir Trefferwahrscheinlichkeit 74, 64%. Ich ziehe ihn hier hin. Und jetzt sollten wir eigentlich auch noch dreimal schießen können. Flankiert, das ist gut, das ist eine... Weil genau auf der gegenüberliegenden Seite auch einer von unseren Leuten steht, gilt der als flankiert. Und hat dort ich... Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie das Mathematisch läuft. Das ist auf jeden Fall gut für uns. Drei Schüsse und jedes Mal gilt 64%. 64% Trefferwahrscheinlichkeit. Und mausetot. Und jetzt ist der wiederum frei und kann ziehen. Und wird, wenn er vorwärts ziehen würde, auf den zu oder jetzt feuern würde, dann hätte er vorher den Nahkampfangriff von dem hier bekommen, den automatischen. Jetzt hat er ihn nicht mehr und kann auf den Kollegen drauf losfeuern. Trefferwahrscheinlichkeit ist extrem hoch. Er hat auch eine sehr hohe Trefferwahrscheinlichkeit. Könnte ihn ja aber eventuell erwischen. Schaut mal. Wenn ich hier hin ziehe, aber nicht... Und schaut mal, von hier aus ist gelb, von hier aus ist grün. Volle Aktion sollte auch von hier aus gelten noch. Mit dem Scharfschützengewehr hier drauf. Wow. Da bleibt nicht viel übrig. Wir gucken uns noch die taktischen Operationen an. Das hatte ich doch versprochen. Vier stehen uns zur Auswahl, die wir machen könnten. Jede kostet entweder zwei taktische Operationspunkte, diese beiden, oder jeweils einen taktischen Operationspunkt. Das sind die Vorbereitungskosten dafür. Wir haben genug. Wir haben unten, seht ihr, wir haben zwei Stehenden zur Verfügung. Und das ist der Pool an Energie, den wir zur Verfügung haben. Laserangriff auf ein Ziel können wir anfordern. Der kommt dann aus der Luft. Gewaltiger Einschlag. Schredderbombe. Dann können wir auf dem Schlachtfeld eine solche Bombe abwerfen, auf einem einfeldgroßen Bereich. Das könnten wir oben machen, bei denen die direkt nebeneinander stehen. Dann Nanomaschinen-Symportstation. Alle benachbarten Einheiten werden zu Beginn jeder Runde um 10 gestärkt, um 10 geheilt. Aber wer weiß, ob es überhaupt noch zu einer weiteren Runde kommt. Kampfassistenzsystem. Eine Drohne wird abgeworfen, die einer ausgewählten Einheit hilft und deren negative Statuseffekte entfernt. Also wie Taumeln zum Beispiel. Und ihr drei Runden lang Rüstungspunkte gibt. Also das mit der Schredderbombe finde ich eigentlich am coolsten. Die werfen wir mal sofort ab. Eine kann man sofort auswählen hier. Und hier drauf werfen. Schaut mal, beide werden erwischt und beide werden auch mit 100% Trefferwahrscheinlichkeit getroffen. Einschlag taumeln und drei Runde lang bluten. Oh, ich hätte mit dem Rechtsklick das machen müssen. Jetzt aber. Und diese Hinten, schaut mal, diese Sachen hier, die werden wahrscheinlich auch entfernt. Man kann ja Sachen auch vernichten, Deckung vernichten. Also ich glaube, diese Container müssten eigentlich auch vernichtet werden. Wow. Ah, die Container sind übrig geblieben und die haben geringfügig was verloren. Da kümmern wir uns später drum. Jetzt kämpfen wir erstmal hier weiter. Also der hat gekämpft, der kann auch weiter kämpfen. Ja. Klasse. Und Achtung, habt ihr gesehen? Als er zersplitterte, zerbarst in tausend Einzelteile. Gift wurde aus ihm rausgespritzt, aus dieser Feindeinheit. Das heißt, wenn wir direkt daneben gestanden hätten, hätten wir Giftschaden bekommen, dadurch, dass wir direkt daneben gestanden hätten. So, hier ziehen wir schnellstmöglich, so weit wie möglich nach vorne. Hier liegt Mega Käfer, Jungs. Naja. Die haben so viele Feinde drumherum. Das Wichtigste ist, wir ziehen schnellstmöglich zu denen hin. Kriegen wir hier eine Vergiftung? Ich glaube nur dann, wenn der explodiert. Das ist zwar ein Nachbarfeld. Wir sollten hier hinziehen können. Was ich nicht weiß, ist, wenn man drauf zieht, ob man dann... Ähm... Ob man dann Beute machen kann. Ich glaube nicht. Aber wir können das mal ausprobieren. Sollen wir das mal ausprobieren? Der kann auch noch... Wir versuchen es mal, ob das klappt. Kann der da auch drauf ziehen? Er kann auch. Wir ziehen da mal drauf. Nein. Einfach nur so. Moment mal. Ihn ziehen wir aber jetzt bitte in die Richtung. Wir wollen ja nicht anfangen zu schludern hier. Und schauen bitte in diese Richtung. Die haben wir schon gezogen. Ihr seht, die Schilder darüber sind transparent. Ja, die haben wir alle schon gefeuert. Es bleiben nur diese hier noch übrig. So, hier mal schauen, wie wir das hinbekommen. Am einfachsten wir eine Granate werfen. Uh, schaut mal. Der macht ihn sofort platt. Wir gucken mal, ob wir mit einem nah genug kommen für eine Granate. Ja, das klappt auf jeden Fall. Das können auch die hier hinten. Ähm. Ach, schaut mal. Der Scharfschütze. Der Jack Gelder. Der erwischt den auf jeden Fall. Mit Flankieren sogar. Ah, er hat noch Minimum Trefferpunkte übrig. Schaut mal. Wie viele sind es noch? Zwei. Kann aber vollen Schaden austeilen. So, dafür brauchen wir eine Aktion. Das heißt, wir können bis hierhin ziehen und an die Bombe werfen. Die Granate werfen. Das geht einmal pro Kampf. Werfen sie hier drauf. Dann ist der Mause tot gleich. Ja, das können wir gleich hin. Der kann auch feuern. Hier suchen wir mal ein besseres Derkan. Das Sturmgewehr ist eine wiederholte Aktion. Hier hochgezogen. Na, von hier ist der Schuss besser. Zieh ja noch eins dichter ran. Das kann für die Trefferwahrscheinlichkeit nicht schaden. Oh, ich hab vergessen, die Nano-Injektoren einzusetzen. Oh, da hab ich extra drüber geredet. Das hätte ich machen sollen. Dann hätten wir nämlich alle noch heilen können. Dann wären die komplett geheilt auf die Strategiekarte gekommen. Wisst ihr, was das war? Ganz ernsthaft? Blutrausch. Das war der blanke Blutrausch auf meiner Seite. Ganz schön peinlich. Vielen Dank, Kommandant, sagt Dayu-Yi-Yang. Du hast uns wirklich hier aus der Patsche geholfen. Die zweite Heldin bedankt sich. Bei Jack-Gelder. Keine Ursache, Leutnant. Statusbericht bitte. Was ist hier geschehen? Ein Trupp Außenweltler hat vor ein paar Zyklen den Planetfall unternommen und unsere Positionen angegriffen. Ihr Angriff hat sich auf die Void-Tech-Anlage in der Nähe konzentriert. Wir konnten sie abwehren, haben aber einige Opfer zu beklagen. Gibt es Überlebende? Keine auf ihrer Seite, aber unsere Kolonie wurde beim Angriff bis auf den Grund abgebrannt. Du siehst vor dir alles, was von ihr und von meiner Einheit übrig ist. Was für ein Chaos. Ich bedauere deine Opfer, Leutnant. Wie war das mit dieser Void-Tech-Anlage? Warum hatten sie es auf sie abgesehen? Keine Ahnung, Kommandante. Alle Wissenschaftler, die von der Anlage wussten, sind beim Angriff leider umgekommen. Da unsere Kolonie zerstört wurde, konnten wir das Wahrzeichen nicht anschließen, um es weiter auszukundschaften. Gut, bringen wir hier wieder alles auf Kurs. Ab jetzt übernehme ich, packte alles zusammen, damit wir uns erneut stationieren und eine vernünftige Kolonie aufbauen können. Geh du vor zur Void-Tech-Anlage. Verstanden? So, die Quests haben wir erfolgreich abgeschlossen. 37 Energie als Belohnung. Neue Kolonie. Wir haben nun eine neue Kolonisierungseinheit und sollen eine zweite Kolonie bauen, also eine zweite Stadt. Die wird unseren Einflussbereich auf dem Planeten erweitern. Es wird nochmal erklärt, wie das geht. Und die Belohnungen werden 95 Nahrung sein. Und die Nahrung gehen, glaube ich, in den globalen Nahrungspool rein. Den gibt es nämlich. Das habe ich noch gar nicht erklärt. Wir können zwischen Städten Nahrung hin und her schicken. Falls eine Stadt in Not gerät oder was für eine boosten wollen, gucken wir uns später an. Hier. Erkunden die nächste Mission. Erkunden den naheliegenden Sektor, um das Void-Tech-Wahrzeichen zu finden und um einen außerdimensionalen Beobachtungskomplex anzuschließen. Manchmal denke ich, das war von mir auch an einem Tag, an dem ich auf dem falschen Fuß aufgestanden bin, dass ich in meinem Hirn einen außerdimensionalen Beobachtungskomplex habe. 19 Energie, 20 Nahrung wären die Beute. Schön, klasse, prima. Das machen wir als nächstes. Wir ziehen hier weiter vor. Erkunden auch mal die Karte auf der linken Seite. Das hatte ich noch gar nicht richtig gezeigt. Das ist die Übersichtskarte, die hatten wir schon einmal. Die zeigt uns wirklich auch alles Mögliche mit Symbolen. Übrigens auch, wie hoch die Erträge sind in den Sektoren. Das ist ja überschaubar. Das ist eine kleine Karte. Aber wir werden auch auf sehr große Karten stoßen bei diesem schönen Spiel. Und das sind so Übersichtskarten. Sehr hilfreich. Was ich gar nicht weiß, das würde ich gerne in Erfahrung bringen, das sind hier Flugeinheiten. Die sollten eigentlich auf allen Feldern gleich viel Bewegungskosten verursachen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Also ich glaube, diese Pilzbewachsengebirge, sind die überhaupt von normalen Einheiten? Kann man da überhaupt draufgehen? Nee. Da kann man gar nicht draufgehen, oder? Nee, das hat damit nichts zu tun. Also ich denke eigentlich, die lagen nur außerhalb der Reichweite. Ich denke, da sollten wir eigentlich normal drüberziehen können. Wenn ihr in alle Richtungen mal schaut, die Reichweite. Nee, stimmt nicht ganz. Schaut mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht in die Richtung. Keine Hindernisse. Und über das Gebirge gehen weg. Eins, zwei, drei, vier, nur fünf. Dann kostet das noch mehr Bewegungspunkte, wenn man über Gebirge fliegt. Dann hätte das gedacht. Ich bleib mal mit den Herrschaften hier in der Nähe. Wir fliegen erst mal so ein Stück weiter hier Richtung Norden. Hier können wir nicht viel sehen. Ist die Sichtweite begrenzt. Also hier sieht es so aus, als würde das gleich viel kosten. Schaut mal, wir haben nur acht Bewegungspunkte und Gebirge steht zwölf. Also wenn das gelten würde, zwölf Bewegungspunkte, könnten wir hier wahrscheinlich noch gar nicht drauf fliegen. Das gilt doch für die Vorschau mit den Bewegungskosten, gilt nur für Landeinheiten. Dann ziehe ich sogar bewusst aufs Gebirge. Da haben wir nämlich viel Sicht, hohe Sichtweite. Und außerdem können andere uns da nicht so schnell draufziehen und uns angreifen. Wir sind ja nicht die Stärksten hier. Weitenbreit keine Feinde zu sehen. Und wir haben, schaut mal bitte, die haben wir geschenkt bekommen, diese Siedlereinheit. Und uns wird gesagt, wir sollten bitte, was war nochmal die Quest? Eine zweite Kolonie im Mäber-Sektor sollen wir gründen. Und das ist genau der hier. Das ist halt die Quest und die Belohnung dafür, 95 Nara. Mal schauen, ob, wenn wir das machen, ob das Einfluss hat hier auf die Anzahl der Bürger. Im Augenblick dauert der nächste... In drei Runden käme der nächste Bürger in Isthen. Ziehen wir mal hin. Und können jetzt eine Kolonie bauen. Schaut mal, rechts steht auch Wald und Pülse wieder. Dauert eine Runde lang. Und unsere Einheit näher. Ach, wir haben, glaube ich, gar keine Verletzungen im Kampf erlitten, oder? Die wirken alle total fit und ausgeheilt. Alles super. Wir haben 26 Kosmit. Also wir brauchen gar nicht gleich einen Siedler zu bauen. Wir haben ja gerade schon einen bekommen. Dann haue ich doch, dann verbessere ich noch die Einheiten hier ein bisschen. Wir könnten auch diese hier verbessern, wo wir gerade sowieso dabei sind. Geht das noch? Sollen wir hier einmal die Nanomaschinen draufsetzen? Obwohl, können wir im Kampf so überhaupt irgendwie durchkommen? Wir werden wohl kaum auf einen Gegner stoßen, auf eine feindliche Armee stoßen mit nur einer Einheit. Das ist möglich, aber denkbar unwahrscheinlich. Ich denke, wenn wir in einen Kampf kämen, wir würden sowieso höchstens... Wir könnten höchstens versuchen, einen Rückzug zu schaffen. Das macht keinen Sinn, dass das mal bleiben. Die nächsten Bauobjekte hier sind die landwirtschaftliche Bewirtschaftung. Der nächste Bürger in drei Runden. Die Forschung in zwei Runden. Bürger in drei. Produktion kann man auch nicht beschleunigen. Alles war gut, wie es ist. Da oben sollen wir hin. Das sollen wir untersuchen. Ja. Wollen wir da mal rüberziehen. Die sind langsamer. Ziehen wir mit ihnen zuerst vor. Wenn wir jetzt eine fliegende Einheit hätten, da könnten wir alles schön und bequem aufdecken. Wir lassen die nebeneinander. Ihr wisst warum. Wenn wir ein Feld nur Abstand zwischen denen hätten und eine der beiden Armeen würde angegriffen, dann würde die andere nicht mehr in den Kampfe eingreifen. Es sei denn, der Feind wird direkt zwischen uns ziehen. Aber dann wäre der ganz schön doof. Wir haben noch ein paar Einheiten, die wir verbessern können. Mit den Nanomaschineninjektoren. Oder wir machen das mal wieder weg. Und gehen, machen das noch simpler. Sollte man sich vielleicht auch angewöhnen, weil das fixer geht. Gehen auf Vorlage wählen. Auf den Nanosoldaten. Und modifizieren beide Einheiten so auf einen Schlag. Alles klar. So, die bleiben hier. Runde beenden. Eine Runde weiter. Und die Kolonie ist da. Die zweite Kolonie. 95 Nahrung als Belohnung. Und die andere Aufgabe haben wir auch geschaffen. Nochmal 27 und 26 Energie. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier... Wir haben hier den nächsten Bürger dazubekommen gerade. Da waren, glaube ich, vorher sieben. Jetzt haben wir acht. Jetzt können wir einen weiteren Siedler wieder einstellen. Weil das geht ja... Ne, eine Runde bis zum nächsten. Ist doch nicht passiert. Wo ist die Nahrung denn gelandet? Ist die hier gelandet? Verdammt, das ist der Sektor. Vier Bürger. Die Nahrung ist komplett in dieser Stadt gelandet. Alles klar. Ist ja auch gescheit so. Ist ja auch sehr vernünftig. Nächster Bürger in drei Runden. Wir können also auch hier einen Außenposten schon dazu holen. Wir gehen bei der Forschung in einer Runde... Oh, wir können den hier... Achso, das ist automatisch. Müssen wir erstmal rausnehmen. Dann gehen wir hier raus. Checken das hier mal. Ja, in zwei Runden den nächsten. Dann gehen wir in die Bauobjekte rein. Boah, mittlerweile steht uns viel zur Verfügung. Wir fangen mit den Zentralen an. Und ja, hier hätten wir auf jeden Schlag mehr Produktion. Hier ist 60 Startproduktion pro Koloniezentrum. Das ist weniger als hier in der Hauptstadt. Das hat einen Grund. In den Isten haben wir nämlich als Gebäude stehen... Das Hauptquartier. Das ist nur in der Stachtstadt. Und es gibt 20 Startproduktion, 25 Startforschung und so weiter. Das ist schon sehr hilfreich. Also in die Bauprojekte rein. Und ja, ich finde, das macht schon Sinn, dass wir hier auch hier in die Produktion reingehen. Da auch zwei Runden. Können wir das beschleunigen? Eine Runde. Nein. Dann packen wir den in die Energie wieder rein. Und dann schauen wir uns den Sektor an, auf dem der selber steht. Das müsste hier bei den Kolonieinformationen sein. Nein. Moment. Moment. Keine Sektoren angeschlossen. Hier kann man den Koloniennamen ändern. Da kann man das Hauptquartier hier hin umverschieben. Dann haben wir hier das große, dicke Startgebäude. Ah, hier ist die Sektorenanalyse. Also hier, da wo wir stehen, ist Wald und Pilz bewachsen. Okay. Bringt jetzt aber erstmal wenig, weil wir keine Sektorbewirtschaftung haben. Hier ist die landwirtschaftliche Bewirtschaftung hierfür freigeschaltet worden. Wie ihr seht hier, desto durch bekommen wir plus 5 Nahrung. Das ist die Stufe 1. Die Biokuppel hier bringt 10 und 5 und so weiter und so fort. Jetzt brauchen wir hier ein neues Bauobjekt. Wir können noch einen Siedler einstellen, verlieren dadurch einen Bevölkerungspunkt wieder. Aber die Frage ist, wohin? Wir könnten hier oben siedeln dann. Da dauert eh eine Reihe Runden. Was steht uns dann zur Verfügung? Die Freizeitkuppe könnte ich euch auch mal zeigen. Dadurch hätten wir die Möglichkeit. Ich schaue mal hier. Wir haben im Augenblick minus 4. Das Volk ist unzufrieden, weil wir so viele neue Bürger haben. Unten seht ihr das? Ah, ich kann nicht mit der Maus drauf zeigen auf dem Tooltip. Schaut mal bitte unten rechts bei den Zufriedenheitsplätzen. Minus 4, also Zufriedenheit produzieren wir. Also quasi 4 Unzufriedenheit. Jeder Bürger erzeugt minus 2 Unzufriedenheit. Das Koloniezentrum, das Gebäude produziert 10 Fix. Und Rassebeziehungen heißt, wir haben eine gute Beziehung zu unserem eigenen Volk. Da leben nur unsere Leute und deshalb bekommen wir hier einen Zufriedenheitsbonus. Aber das hier heißt Energie in 12, dass wir in 12 Runden ein negatives Zufallsereignis haben. Und das kann man dadurch verhindern, also entweder durch Events oder dadurch, dass wir ein Gebäude bauen hier. Das Zufriedenheit generiert und da einen Bürger anpacken. Und das ist, das haben wir mittlerweile freigeschaltet, das ist diese Freizeitkuppel. Das sollten wir glaube ich auch machen. Da oben ist es jetzt. Dauert zwei Runde. Ja, können wir auch nicht beschleunigen. Demnächst dann Bürger in einer Runde. Lieber Masjab, was soll man denn dann machen? Also mehr als vier in Energie geht nicht in die Forschung. Können wir natürlich gehen. Ja, jetzt haben wir eine Forschung. Was machen wir mit den dreien? Was ich nicht weiß, ist, ob ein Überschuss an Forschung übertragen wird auf die nächsten Technologien. Ob die mitgenommen werden, das weiß ich nicht. Das könnten wir ausprobieren. Ich weiß auch nicht, wie das bei der Nahrung ist. Keine Ahnung. Was wir mal machen könnten, ich gehe mal raus, dass wir uns das mal hier oben anschauen. Und das mal versuchen abzuschätzen. Schaut mal, hier Umweltaufbereitung. Das würde so, wenn man normal weitermacht, zehn Runden dauern. So als Beispiel. Wir gehen mal rauf, gehen hier rein und packen mal alles in die Forschung rein, die drei weiteren Bürger, die wir haben. Und schauen mal, ob sich das verändert. Hier werden es dann sieben. Ob die übernommen werden? Ich weiß es nicht. Ich mache es mal so. Ja. Okay. Ein Isar lebt. Nächste Folge kommt bald. Macht mir großen Spaß. Ich hoffe auch, euch auch. Bald geht es weiter mit Age of Wonders. Planetfall.